Hallo, hier ist der Zweikampfsofa und wir spielen Battleborn. Battleborn, aber nicht hallo. Nein, der Onkel ist da. Richtig, hallöchen. Der Onkel ist auch ein Battleborn. Oder bist du ein Gamers Check LP, man weiß es nicht. Egal, wir müssen weiter. Und wir wissen genau, was wir tun müssen, bis zu einem bestimmten Punkt. Weil da haben wir schon viermal hingespielt. Wann gehen wir da drauf? Ja, da haben wir uns ja auch schon eine kleine Faktik überlegt. Zumindest habe ich gesagt, ich stelle mich da hoch, wo der Raketen-Typ ist. Ich soll aber links rechts gehen hier, später nicht vergessen. Mache ich allein das Alleingang hier? Na gut, was machst du allein? Wir haben doch alles gemacht, ja? Der muss weg. Hier ist eine Flutnase. Und ich bin level ab. Ist drüben jemand? Ja, Doc. Äh, Smirk. Ja, rechts halt. Alleingänge sollten nur Charaktere machen, die das auch können. Warte, ich komm. Warte, ich komm dir helfen. Warte, wir hinten aufräumen oder so. Genau. Das ist ja praktisch. Wir hauen ganz schnell auf mir rum hier, die Säcke. Drei Typen. Treppe ist auf. Ja, mit sechs. Heilung, Heilung, Heilung. Alle weg. Ey, der ist bei Heilung sofort hoch. Auf Maximum. Mit deinem Wasserspritz da, ne? Mein Wasserspritz. Dein Wasserspritz. Nee, die Frau, die für die Wasserspritz zuständig ist. Ey, den von denen hier. Na komm, Treppchen, komm. Dick, 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 dick. Oh yeah. Oh yeah. Ich komme, Leute. Ich mache richtig voll. So, jetzt wird's hier auch wieder heftig. Schnell zum Reaktorkern. Wir sind hier fast fertig. Smirk. Langsam. Nix. Oh, bis es heftig. Der ist ja richtig groß, der Typ, oder? Und der haut mich mal wieder. Ich fall runter. Ich bin tot. Der hat mich runtergeschubst. Der hat mich stumpf runtergeschubst, der Typ. Der hat uns beide runtergeschubst. Der hat uns alle runtergeschubst, oder? Nein, ich bin auch runtergeschubst. Nein, ich bin auch runtergeschubst, oder? Doch, ich bin auch runtergeschubst. Oh, nö. Ah, Smirk. Doch, doch. Äh, wer lebt den jetzt noch? Wo ist denn? Wo ist denn? Hilfe. Ich lege genau neben dir. Ich bin tot. Ich bin... Ich bin in dem Käfig mit dem... großen gewesen und war platt. Ma, 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 ma. Ja, ich bin tot. Nein, ich bin wieder tot. Oh, nein. Ich bin alle tot. Ich habe sie runtergeschubst. Ich bin alle tot. Ey, was geht hier ab? Guck dir mal an, wie viel da eben noch standen. Habt ihr das gesehen? Ja. Aber wenn du jetzt schnell restartest und herkommst, kannst du uns vielleicht retten. Natürlich nicht. Dann verlieren wir nicht so viel Leben. 2, 1, 0. Das schaffe ich nie. Das ist doch arschweit weg. Die ganze Treppe muss ich doch noch laufen. Du bist fußkrank. Kann das sein? Oh mein Gott. Alter Mann. Alte Frau. Sie ist eine alte Frau. Entschuldigung. Falscher Weg. Falscher Weg. Falscher Weg. Also, da haben wir auch welche. Nein, da haben wir einen Gegner. So, ein bisschen langsamer hier hoch trapeln. Wir haben noch drei Leben. Ja, den dicken hab ich gleich weg. Der ist schon gut runtergearbeitet da. Also, aber da sind auch noch so viele andere. Das ist ein bisschen Zeitzeug, hier. Boah, irgendwie hab ich gleich Schild weg. Das gibt's doch gar nicht. So eingesackst hier, ey. Meine Güte, ey. Statt besser, werden wir irgendwie schlechter in diesem Level. Hut ab. Das muss uns auch meiner Namen haben. Das ist, glaube ich, nicht so schwer. Na. Wäre es nicht so schwer, schlechter zu werden? Ich find schon. So. Bin wir jetzt rein oder nicht? Hä? War ich hier schon mal? Nee. Halt, hier hinten. Nee, hier hinten ist noch so ein... Ach nee, doch nicht. Passt schon. Ich dachte, da hinten ist noch so ein... Ähm... Wie heißen die Dinger? Spawner oder nicht? Spawner. Ey, was rumpelt ihr hier? Ey, hinter uns steht auf einmal einer. Ja, dieser Witzel da, ne? Und der Typ, der schießt, tut die auch, ja. Ja, und der Typ, da fliegt immer hier rum. Und da, das ist genau die, die Area da. Wo bin ich jetzt? Wo haben sie denn mich hingeschossen? Wicke pumst. Sagen wir mal, ich geh auch gleich wieder drauf. Ich hau mal ab hier. Ähm, ich bin jetzt irgendwie ganz oben gelandet. Ja, das sind, das sind, äh... Das sind jetzt der Heiler. Deswegen. Ich wundere mich gerade. Der Heiler wäre jetzt nicht... Ja, bei mir auch. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ey, was hauen die rein auf einmal? Hat einer eine Schwierigkeit gedreht? Alter. Ich bin tot und ihr werdet mich irgendwie nicht wiederbeleben, richtig? Ich bin total im Kampf. Ich bin weg. Drei, zwei, ein... Ey, hast du ja gesehen? Ich bin weg. Was war denn das? Ich bin weg. Was war denn das? Was passiert hier? Ich bin jetzt gerade in einem hellen Licht gewesen. Im hellen Licht. Schau nicht ins helle Licht. Nicht ins helle Licht gucken, nein. Ihr habt es nicht geguckt. Wo bist du? Ich bin... Ich fliege jetzt auch hier rum. Ich versuche... Wo bist du? Wo bist du? Hier oben in der Basis drin. Keine Ahnung. Alter, was ist denn hier los? Ich habe gerade ein übelst helles Licht. Ich habe keine Idee, was hier los ist. Wo seid ihr denn da drüben? Nein, ich will nicht werfen. Meine Fresse. Warum dürft ihr das? Ja, genau. Arschloch, Drecksack. Pistenhecken, Tourette Gaming, überhaupt. Wer hier... Wieder irgendeiner, der mich nur... Ich bin nur in der Luft. Ich komme nicht hoch. Ja, das sind diese Blasentypen, diese Flugteile. Oh, wieder. Blasentypen. Ich blase dir auch gleich mal was hier los. Die Typen blasen uns ein. Aber ganz kräftig. Der muss das sein, der, 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 der... Also einer hat er da. Hier, diese ganzen Bodenwellen. Guck dir das mal an. Guck mal. Nein, ich habe schon wieder falsch gemacht. Mäh! Ey, so, jetzt... Die Fresse steht mir, ey. Kannst du laut sagen, ey. Meine Fresse. Wir haben noch zwei Leben. Oh. Ey, jetzt kommen noch drei von denen hier an, oder was? Och, ey, ihr seid doch alle... Die sind alle bei dir. Die sind alle bei dir. Ey, was ist denn los hier? Ey, das war doch vorher nicht so, oder? Ich habe keine Ahnung, was ist denn los? Ja, irgendwie anders jetzt, ne? Was ist das Schwierigkeitsgrad hier? Ja, aber stimmt. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Das ist es. Du hast die Schwierigkeit geändert. Bin mir schuldig. Also wenn, dann nicht, dass ich es wüsste. Ich bin doch hier am Aufbau noch nie so hoch geflogen. Rath, hier auf dieser Ebene steht der Typ und ballert immer rüber. Der steht hier so ungefähr und ballert hinten. Ach, hier steht der. Hier so irgendwo. Ne, hier, ne? Eben, und deswegen, ich mache jetzt... Genau, den habe ich ja vorhin schon weggeholt. Da bleibe ich jetzt hier oben, kill den und dann komme ich runter. Ja, hoffentlich ist es immer nur einer. Das weiß ich natürlich jetzt nicht, ob das nur einer ist. Wir würden natürlich deine Power vermissen, wenn du da jetzt nur so stehen bleiben würdest und wartest, ne? Das ist ja ein bisschen doof. Ja, aber andererseits ist der doof, weil der jedes Mal unseren Turret plattmacht, da er unseren Tower plattmacht. Ja, oder jeder achtet drauf, dass da... Ja, aber du kommst ja nicht so schnell da hin. Das ist ja... In der Zeit hat er ja schon unseren Turret wieder... Ich will das Ding nicht werfen. Brech ab, danke. Der Turret steht schon. Da unten ist noch ein Turret. Ja, ich mache einen. Ich mache ihn nicht mit genug. Ich mache alle 13. Wir versuchen jetzt alle 13 hinzukriegen hier. Gibt es noch eine Möglichkeit, was anderes hier zu tun? Irgendwas, was wir vorher noch nicht gemacht haben. Ähm, ich hole noch eine Reparaturdrohne. Habt ihr ja auch mal Reparaturdrohnen gekauft? Oder generell mal Drohnen. Ja, aber meistens Kampfdrohnen, die die Gegner plattmacht haben. Ne, ich hole Reparaturdrohnen, weil die machen nämlich die Turret wieder heile. Okay, ich gehe jetzt hier oben hin. Äh, Reparaturdrohne. Ich glaube, aber hier unten haben wir eins vergessen. Da unten? Der Onkel steht am Apparat. Der Onkel steht am Apparat. Du da. Du da. Ich bin der Apparatsteher. Ja, hier unten die Verteidigungsdings haben wir vergessen. Kann aber noch jemand vorrennen? Doc, Smirk, Smirk. Da vorne ist noch. Verteidigungsdings. Ah, der eine hier, okay. Vorne, ja. Was willst du da hinten haben? Blitz, temporär. Blitz, 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 Blitz. Es geht los. Okay. Mach doch mal. Das ist dein Moment, Nova. Dein Moment. Lade den Zugriff ein und lade den Wurmcluster hoch. Der Wurmcluster. Halte die Jeneriten von der Konsole fern, solange Nova noch arbeitet. So, versuchen wir es mal wieder. Mal wieder. So. Ist doch einfach. Da, kommt der erste Sack. Also hier oben ist noch keiner. Ja, der kommt auch nicht am Anfang, der will. Immer. Der kam immer so mittendrin. Na, super. Auch das noch. Jetzt stehe ich hier oben und gucke durf. Die spawnen jetzt auch anders. Das ist total lustig, ey. Finst. Ich finde es unlustig. Ich will, dass die immer gleich kommen und ich sie gleich fertig machen kann. Ist das eigentlich irgendwann mal bei dem Ding hier, ne? Also das dauert mir hier zu lange. Jo, der ist weg. Der schießt mich denn hier an hier. Guck mal. So, den dicken hier habe ich gleich weg. Jo, habe ich weg. Noch kleiner. Hey, der springt hoch. Kannst du vergessen, hier kommt keiner. Hier kommt keiner. Da ist gerade einer hochgesprungen zu dir. Du hast wieder runtergesprungen. Der hat mich gesehen, ist erschrocken und ist wieder weggesprungen. Das kann natürlich sein. Basis. Aber wir müssen darauf achten. Ich komme nicht runter. Das bringt nichts, wenn ich hier oben die ganze Zeit sinnlos rumstehe. Ich habe das Gefühl, ich kann mich auch als Ziel anbieten. Die stehen total auf mich hier. Die stehen auf dich? Okay. Was hast du denn gesorgt, dass du gerade die Treppe hochkommst? Das ist ja geil. Drei, vier Leute und alle weg. Jetzt steht einer oben. Ich mache hoch. Oh, ich saß aber auch hier. Oh, hier ist auch so einer direkt vor der Base. Ja, ich bin dabei. Moment, ich habe ja noch einen großen. Gehst du, Neck? Ja, ja. Mein Gott. Ey, das ist ein ganz anderer Regner jetzt mal. Das ist ein ganz anderer. Ganz anders als sonst. Hä? Gehst du so wieder weg? Ach, Mann. Wenn man Minen legen könnte, wäre cool. Will halten. Oh, der Territorium ist schon platt. Oh, jo, jo, jo. Ich brauche noch mal der hier. Ah, okay. Ja, da waren voll welche. Repartur drohen, sage ich nur. Wo ist der Typ denn jetzt noch? Vorne und da hinten irgendwo. Da oben. Ganz da oben. Scheiße, wie kommen wir da hin? Schieß mal irgendwie mal da hoch. Ja, ich komme da hin. Ich laufe da hin. Da kommt, ach so, da musst du oben lang, klar. Wo ist der Sack? Der schießt von da oben. Und ich versuche mir mal die Schüsse einfach... Ja, das macht nämlich schon Schaden da. Das gibt es auch gar nicht. Ja, ich fange jetzt gerade die Schüsse ab. Indem ich einfach reinlaufen, die Schüsse. Das zieht mir zwar Energie ab, aber... So, das ist schon mal der. Diese Viecher machen alles kaputt. So, ich habe ihn da oben. Yay. Alles klar. Aber der hat schon wieder ein Viertel abgezogen oder ein Fünftel oder sowas. Ja, das war ein Lacken. Ah, die restlichen, wo ich gemerkt habe, die Schüsse, dann habe ich sie bei mir abgefangen. Ich habe zwar ein bisschen... Nee, nee, den hast du gar nicht gesehen. Der stand da ganz oben. Der hat immer auf die Base geschossen. Nein, nicht da oben. Ja, ich weiß. Und da... Drei... Und die und seine Schüsse, den habe ich immer abgefangen. Ah, okay. Aber... Mein Bild hat er getroffen. Ich bin aber in die Schüsse reingesprungen. Ich bin einfach in die Schüsse reingesprungen. Ja, das ist sehr gut. Mutig. Ja, das ist aber geil. Mutig. Komm, jung. Du gehst weg. Unglaublich, wie tough das Teil ist, äh. Ach, das gibt's doch gar nicht. Halt, ich muss hoch in der Ecke da oben. So, Hammer. Ist hier bei der Base? Nein, ich renne gerade hoch zu dem... Ich bin die ganze Zeit eigentlich so halbwegs an der Base, aber die kommen jetzt von hinten. Ja. Oh, das mag ich. Ach, das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist das schon wieder hier oben weg. Ich renne mal hier hoch und dann ist er weg. Schnitzel. Hey, fieser, dicker Möp in der Mitte. Oh, ist weg. Okay, Glückwunsch. Ich weiß, die Ecke spielen. Ja, woher will ich schauen. In die Klo-Spülung. Das sieht das wieder aus. Es springt wieder einer da nach oben zu dem... Warte, ich renne. Oh, da steht, es kommen mehrere da oben. Siehste? Ein unsichtbarer. Wie komm ich da hin? Äh, wie enttäuscht. Äh, Base, Base. Bin dabei, aber es sind so viele. Kriegt nicht alle gleichzeitig weg. Oh, ich bin aus, dass sie wieder rausgerannt. Hübserlach. Das war dumm. Das, äh, bringt nix. Hab ihn. Ach, scheiße. Noch einer. Ich habe meinen Punkt nicht angemacht. Oh, er ist runtergefallen. Das war gut. Auf mich gefallen gesprungen. Die Falle da oben ist kaputt. Hey, sag mal. Under Base. Under Base. Ja, schon weg. Nein. Äh, noch nicht. Der war halt direkt under Base. Gleich daneben. Okay, das Ding hat hier wieder heile. Okay. Da ist auch heile. Oh, Mann, ey. 15 Sekunden. Jetzt auch noch zwei. Okay, wir haben... Nein, das sieht gut aus. Besser. Nicht gut. Wollte ich gerade sagen. Den Tag nicht vom Abend loben. Und den Gegner niemals unterschätzen. Und der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. Also, komm. Was? Dumm. Dumm Spruchklopfen. Oh, der ist weg. Okay. Gestern war sogar 120 Minuten. Ja, gestern war 120 plus. Die Basis ist angegriffen. Ja, natürlich. Natürlich. Die Basis wird angegriffen. Immer noch. Von wem? Wer denn? Der hängt einer noch vor. Da. Dann red nicht, mach ihn weg. Dann mach ihn noch weg. Sag nicht immer nur, es hat angegriffen. Mach ihn einfach weg. Ja, ich war gar nicht beschäftigt. Ah, Fliegeding. So, bei 50 Prozent. Ah, die hat dann wieder so ein... Der wandert. Da oben. Da schießt einer. Der schießt. Der oben ist ein Schießer. Sag ich doch. Da oben sind immer Schießer. Geht ihr hoch? Weil ich bin hier gerade bei so... Der ist weg hier. Der lebt noch. Lebt hier. Genau, sauber. Ey. Oh, direkt an der Base. Der ist schon weg. Nein, die fliegen hier alle und schießen. Ganz viele. Nein, lag kein Verrückter dir. Auch, aber... Da noch mehr. Der Tyrrell ist schon wieder am Arm da oben. Oha. Was war das? Da oben schießt wieder einer. Sag ich doch. Da steht er wieder. Da, wo der Russ eigentlich sein wollte. Ich renne, ich renne, ich renne. Ja, ich kann da nicht die ganze Zeit rumstehen. Ja, ja, das sagen sie alle. Und dann, guck mal, was ist der mit unserem... Ja, ich renne doch schon. Ich renne doch schon wie ein Blöder. Ja, du schaffst das. Du schaffst das. Dann hab ich... Der ist doch schon tot. Was willst du denn? Ihr seid echt... Oh. Schrecklich bin ich. Du bist so langsam. Das ist alles. In der Zeit, wie du läufst, hab ich den schon dreimal weg. So, Obermacker. Hier ist einer. Da machen wir kein schlechtes Gewissen, wenn du sowieso selber wegknallst. Ja, musste ja aber einer machen. Hier, ey, hallo, was macht ihr eben hier? Es muss eben ein schlechtes Gewissen machen? Ja, natürlich. Oh, Quark. Natürlich. Humbug. Bälle abgeschlossen. Jetzt kommt der Obermock. Oh, ich hab Angst. Ich hab Angst, ja. Mach mal ein... Ja, wer ist... Starr. Toads aufbauen. Ganz kleine Füße. Ja, Ballerina. Oh, oh. Nachher von nach vorne. Heiler auch. Heiler machen. Heiler machen. Ich geh vor allem in Graal. Der hat Blitz-Dingsbombs. Wo ist er? Wo ist er? Die müssen auch immer nicht mal beschützen. Da schon mal wie... Er macht gerade den Torrid kaputt. Wo ist er? Auch da. Schon geht schon weg. Der Torrid ist ja geil. Okay, da hat er ihn gelegt. Wunderbar. Wui. Ja, Viertel runter. Ach, scheiße. Er verändert sich irgendwie, sagt er. Tötet die Phantome. Ja, hier sind einfach Phantome. Die Zombies kommen jetzt erstmal. Nee, das sind hier irgendwelche komischen Stellen. Da war die Hilfe früher. Ständig die Nasen hier jetzt. Da ist noch einer. Der holt ab. Der Torben ist abgehauen. So, gleich ist weg. Achtung. Ja, los jetzt. Warum macht er da sein scheiß Ding nicht? Er wollte immer noch... Er wollte da rauskommen. Ja, er hat da rauskommen. Ach hier, da steht neben ihm einer. Einer ist gut. Nee, weh, weh. Geh drauf. Autsch. Ja, danke. Ich komme. Alles, was er hat? Äh, ich sehe ihn nicht mehr. Wo ist er denn? Ich bin betäubt. Mama! Ach, du kannst dich doch nicht hochschmeißen, wenn ich gerade dein Special anschmeißen. Doch, wusste ich. Ich hatte gerade kein anderes Special. Oh, Gegner kommt wieder. Jetzt kommt der Gummi-Ball. Ich mache mal wieder den Turret direkt neben ihm an. Kann helfen, kann das immer. Ja, sehr gut. Äh, was ist denn ein komischer Ball? Ball, geh weg. Ich warne dich nicht. Ball, geh weg, habe ich gesagt. Ball, geh weg. Vor allem viele Bälle. Und böse Bälle. BBs. Ein Stern. Der drei. Nein, Bälle. Der deinen Namen trägt. Oh ja. Ah, super. Die Schüsse gehen ja zurück. Das ist ja total geil. Total cool. Ich glaube, wir verstehen was anderes um das total geil. Wenn ich auf die Schüsse kriege, das ist mir in die Fresse zurück. Das ist ja nett. Lady. Und zwar. Das ist Krone. Rums, Lady. Kimmels. Oh, Alter. Meine Haste, du der machst einen Popo? Einen Popo? Da gehört sie nicht. Pile, Pile, Pile. Lüüüüüüüüüüüü. In den Brunnen stellen, genau. Genau, ich bin jetzt aufs Heft runter. Mach den Turret immer wieder an, neben ihm. Er ist rot. Das war einfach. Weiß, 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 weiß. Kärnschmesse sticht bevor. Evakuieren, evakuieren, evakuieren. Na, der. Genau, genau das passiert. Treffpunkt am Schiff. Wir verschwinden jetzt von hier. Ähm. Ja, du hast es geschafft, Nova. Ja, sicher habe ich das. Boah, was ist denn hier los? Ha, der Drecksack. Was denn? Er ist da. Oh, ja, Mann. Wow, endlich. Wie viele Versuchen? 25 oder so. Ey, Mann. Also, ihr wart live dabei, wie wir uns da durchgeangelt haben. Das war bei diesem Anfang ein anders Gefühl. Das war anders, ja. Hat sich total anders gefühlt, ja. Ja, aber diesmal hat man am Anfang gleich gedacht, das muss man es gar nicht schaffen. Das stimmt, ja. Also, wir haben uns zuerst nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber wir waren sonst immer besser. Da waren wir sonst immer besser. Und diesmal haben wir dafür das Ende besser gemacht. Aber es war auch anders. Es waren weniger, aber mehr Gegner. Dafür war es aber besser. Die Gegner sind anders gespawnt. Und, ähm, tja. Ich weiß es nicht. Ja, guck mal, Onkel. Du führst doch weit mit 216 Kills. Unglaublich. Und ich hab 115 Assists. Alter Schwede. Also, wenn deine Welle nicht weggekriegt ist das Wort, ja? Nee, oder andersrum. Also, das sind vielleicht die paar, die der Onkel gerade so weit runter hat, dass meine Welle sie dann noch weggeschwemmt hat. Weggeputzt hast, ja. Keine Ahnung. Das kann sein, ja. Du hast, mhm. Der Einzige, der dich schafft, dass es hier die Vierabbiege ist. Ich bumm sie auch alle an. Ich hab auch nur 64. Ja, super. Ich bin der Beste. Sehr cool. Rick, 44 Minuten. Ja, unglaublich. Wow, warte. Okay. Okay. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Dann machen wir die letzte Mission. Wow. Oh, schade, schon letzte Mission. Bis dann. Tschüss. Tschüss.